hallo meine lieben und herzlich willkommen bei holstone tv sagt euch der opa mario der alte sack das kommt dazu zum verschätzen noch dazu geht in den wendt geht in den wendt geht in den wendt das ist eine hohe Kälte. Ich denke, dass sie diesen einen attackieren, und sie nehmen ihn in zwei. Ich mag den Stil. Gegenwind. Wollen wir mal gucken. Aber so weit werden wir nicht kommen. Das ist bald. Ihre Augen öffnen. Wir gehen für die grüne. Da, guck. Ja. 19 Meter. 19. Oh. Geht so weit drüber, ne? Da kommt er wieder zurück, oder? Gucken. Müssen wir gucken. Eins, zwei. Hä? Jetzt geht das wieder los. Eins, zwei. Eins, zwei, drei Linien. Drei Linien. Eins, zwei, drei Linien. Und dann. Und dann so. Oh. Denk ich mal. Oh. Äh. Das wär ein Igel gewesen. Das wär ein Igel gewesen. Schade. Schade. Öhm. Schade. Boah. Schade. Das wär schön gewesen. Ja, muss man so noch ein bisschen rumstrampeln. Haben wir noch elf, elf Löcher noch Platz, zu kämpfen. Elf Löcher haben wir noch Zeit. Schade. Sehr gut. Gut geflogen, gut geflogen Ball. Gut gemacht. Oh. Ih. Gut. Das sieht gut aus. Das ist gut zu spielen. Sechs birdies in eine Runde. Und mit dem, wir gehen nach 5. John, du bist da? Was ist passiert? Hallo, da oben. Wir schauen uns hier mit Lydia Kohl. Als sie die nächste Runde kommt. Von der 7. Von der 28. Lydia. Und jetzt können wir schauen, wo macht die das? Der Spanier John Rahm hat schon lange Minus 8. Okay, das wissen wir doch. Spanier John Rahm. Joche. Der deutsche Joche Almera. So. Ne? Oder? 21. 21. Immer noch so weit. Und sehr weit. Sehr weit. Da habe ich wieder meine Fahne geklaut. 67% Kraft braucht man dafür bloß. Wo du so weit weg ist. Meine Fahne. Wenn wir vorbeitreffen, ist er nicht... Ja, das lässt sich... Das lässt sich immer schwer sagen, ne? Bis so. Bis so. Oh. Oh. Tschüss. Was habe ich da gerechnet? Was habe ich da gerechnet? Was habe ich da gerechnet? Soweit habe ich nicht gedacht, dass sie da... Dann nehmen die... Soweit habe ich nicht gedacht, dass sie da... Dann nehmen die... ... Es ist wirklich gut zu verpacken. Vazen, Tag zu holen, das eine. und Rich, wir machen die Turn ... Interested in your thoughts on this player's performance so far Luke so far it's been entertaining watching these two go head-to-head not too sure exactly how this is gonna play out so far so good love watching these two compete that was absolutely murdered reicht he's got a bit of trouble here just off the fairway out doch noch absolutely flushed and here we are with the third shot three shots off the lead gegenwind gegenwind ja das war zu erwarten das war zu erwarten ja was jetzt noch drei schwach geworden oder noch vor noch drei currently minus five currently tied for third position ah he has this punt to save his power this short game today has been absolutely sublime fun to watch ans tschüss 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 ja das war muzzle ne glück chat dort hat now three strokes back after that hole we have a par four on this one well played mate playing this shot from about 180 yards has the wind coming right into his face going with the eight iron here and that was a bit of a misfire and what a rare miss today they've been so good with their approach shots well you like the look of those hands love watching this player around the greens and if this can go down he'll save pa that starts off with a good line yeah yeah good job john give us an update what's shaking hey guys we're checking in with tiger words we're never done here set for his next shot here on the fourth clicks it off the stick well that's going to have some impact on the scoreboard let's take a look our leader is a couple of shots up at this stage let's head to the 12 hole back up hill just a little bit what really makes this hole directly in the player's face when that happens watch out this hole is a doozy that's disappointing Wind is absolutely swirling in this part of the Golf Course. Oh, cool. Oh, I'm full-slipping. Oh, cool. Wie soll ich das jetzt sehen, ey? Oh, cool. Du siehst du? Scheiße, ich rufe die Eier. weiter dieser Nein. Geht leider nicht ohne.